Erinnert ihr euch noch, was Papa immer zu uns gesagt hat? Geht niemals in McGrathors Garten. Und er hat auch immer gesagt, keiner ist schlauer als ein Fuchs, also trickst ihn mit seiner eigenen Schlauheit aus. In London wird Ungeziefer gejagt und ausgerottet. Schnapp! Was passiert hier? Und das ist erst der Anfang. Haasen, lauf! Zeit, dass wir uns unseren Garten zurückholen. Benjamin? Lauf weg! Haasen sind perfekte Geschöpfe. Sie werden dir ans Herz wachsen. Das war der Klassiker. Es ging blablabla. Sie werden dir ans some- postspareller in den letztencolkern. Dann wieder mal wieder. Häasen. Vielen Dank.